Hallo, wir spielen heute wieder Star Wars Battlefield, na Quatsch nicht Battlefield, sondern Battlefront Multiplayer und ich hab mir das Ziel gesetzt, dass wir jeden Modi hier 10 mal gewinnen, weil dann kriegen wir einen bestimmten Erfolg und deswegen werden wir jetzt jeden Modi so oft spielen, dass wir ihn 10 mal gewonnen haben. Und Anfang tun wir mit Gefecht hat erstmal, am Anfang. Und deswegen schauen wir jetzt mal, wie es läuft. So, ich würde sagen, wir nehmen wieder diese Waffe, können wir hier neue Karten. Nö, das ist als erster Prang 6, 7. Um, so. Dann hauen wir mal rein. Oh, sieht jetzt gleich schon gut aus für unser Team. Das, finde ich, ist dann schon sehr, sehr schön. Dann wollen wir mal schauen. Ach, wir sind Rebellen. Jetzt ist es mir erst aufgefallen. Hier müsste jetzt eigentlich... Ja, ist schon zu Ende. Das war jetzt eigentlich eine relativ langweilige Runde. Runde. Deswegen hängen wir auf jeden Fall noch mal eine dran. So. Jetzt sind wir aber die Sturmtruppen. Hier, der da ist auf jeden Fall schon über Level 50. Weil dieses Ding, da kriegt man erst ab Level 50. So. Wo sind denn hier noch ein paar Rebellen? Wo versteckt ihr euch? So. So. Den haben wir. Aber ich glaube, draußen geht mehr ab. Als hier drin. Sie sind draußen anscheinend. So. Ah, scheiße. Es sieht im Moment noch ganz gut aus für uns. Und wir werden jetzt auch dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Sehr schön. Beide zerstört. Jo. Oh, drei sogar. Drei Leute auf einen Schlag. Und ja, jetzt sind wir fünfter. Anscheinend sind wir jetzt mal in der Runde, wo ein paar bessere Leute da uns sind. Die Runde hier scheint mir auch ganz gut zu laufen. Und wenn wir die jetzt auch noch gewinnen, mache ich auf jeden Fall noch eine Runde. Wir haben fünf, meine Lieben. Oh, und dritter Platz. Das noch. Ist vollkommen okay. So. Jetzt sind wir Rebellen. So. Mal schauen. Vielleicht. Jetzt gibt es eine neue Waffe. Und zwar dieses Maschinengewehr. Das will ich mir jetzt aber nicht holen. Weil so geil ist das jetzt auch nicht. Die Impulskanone ist auch gar nicht mal so geil. Und wir haben aber sowieso nicht das Geld dafür. Das sind die verfügbare Arme. Auf der... Äh... Blah. Okay. Krass. Dann kriegt man diese Waffen. Das funktioniert jetzt aber noch nicht. Let's go. Und ihr seht schon, diese ganzen Maps hier sind alle... Eigentlich fast alle, die von der Überlebens... Von den Überlebens-Missionen. Ach man, Alter. Das sind wieder diese Leute mit diesen OP-Waffen, die einen dann total nerven. Weil sie einfach halt vielleicht nicht unbedingt besser sind. Sondern weil die einfach bessere Waffen haben. So. So. So, bleib hier stehen. So. Oh, das könnte jetzt noch knapp werden. Ah, scheiße. Jetzt kommt, Leute. Scheiße, ah, fuck. Ah, egal. Wenigstens haben wir jetzt noch den dritten Platz geschafft. Meiste Kill Assistance. So was haben wir zum Glück mal geschafft. So, Leute. Ich würde sagen, das wäre es dann auch mit dieser Folge von Star Wars Battlefront. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.